Musik 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 Hallo, auch ich melde mich auf die Isolation. Mir geht es eigentlich ganz gut, weil ich bin weiterhin im schönen Kusterneuburg und kann ein bisschen die Natur genießen mit Spazieren gehen und Laufen gehen, soweit es halt möglich ist. Natürlich vermisse ich Basketball. Jedes Mal, wenn ich am Happyland vorbeigehe und der Parkplatz ist leer, wäre ich ein bisschen traurig. Aber was soll's, Gesundheit geht vor. Wir müssen jetzt alle gemeinsam durch und ich würde sagen, dafür starten wir nächste Saison umso stärker gemeinsam durch und schauen, dass wir bis dahin fit bleiben, gesund bleiben. Ich wünsche euch das Allerbeste, euch und euren ganzen Familien und Freunden und gemeinsam schaffen es. . Ich wünsche euch das Allerbeste. Wir müssen euch das Allerbeste. Vielen Dank.